Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück. In der Sat.1-Sendung Akte 2015 spricht sie erneut über ihre Alkoholsucht. Jeder wird sich sagen, der Tiefpunkt war natürlich die Entzugsklinik und das Drama drumherum. Das sehe ich nicht so, betont Jenny in der TV-Sendung, die am 25. August um 23.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Eigentlich wollte sie nicht mehr über das Thema Alkohol sprechen, doch dann holt sie nochmal richtig aus. Ich habe damals auf meinen Ex-Mann gehört, weil es darum ging, eine Geschichte zu erzählen und auch den Werdegang, wie etwas passieren kann. Und weiter? Letztendlich war es aber so, dass ich das Geld für den Entzug wieder reinholen sollte. Punkt. Harte Worte in die Richtung von Götz Elbertshagen. Wir sind gespannt, wie dieser darauf reagiert.